Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen? Du stehst auf Natur pur? Das kannst du leichter haben. Am Wochenende war der große Flohmarkt von der SKG auf dem Volksfestplatz. Auch ich bin mal hingegangen, bin mal durchgelaufen, habe mir mal angeschaut, was die Leute so anbieten und ich sage euch, es war wieder alles angeboten, was man sich so vorstellen kann. Es war ein schönes Event, hat mir gut gefallen, das Wetter hat gepasst, war leicht bedeckt, war warm und ja, schaut euch die Bilder an, die Impressionen und habt Spaß dabei. Übrigens, ein Like könnt ihr natürlich auch mal da lassen. Ihr könnt uns auch abonnieren, unseren Kanal wäre natürlich wunderschön, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Wenn du stehst auf Natur pur, das kannst du leichter haben.